Moin! Willkommen in Haslow, nördlich von Hamburg, am Garstädter Weg. Heute seht ihr weitere Aufnahmen von der AKN-Linie A1, und zwar aus den Orten Haslow und Bönningstedt. Beide Orte liegen in Schleswig-Holstein, unmittelbar nördlich von Hamburg. Hier verlässt ein Triebwagen Haslow in Richtung Süden, also nach Hamburg. Der Bahnübergang an der Kirschenallee liegt direkt nördlich vom Bahnhof Haslow. Auch hier ist die Strecke zweigleisig ausgebaut, wegen des S-Bahn ähnlichen Betriebs. Der Bahnhof Haslow in R Am Bahnhof Hassloh sehen wir einen Zug nach Neumünster. Das ehemalige Empfangsgebäude des Bahnhofs Hassloh ist leider heute ziemlich stark verfallen. Südlich vom Garstädter Weg liegt der Bahnübergang Klöwensteen. Der erste Zug fuhr in Richtung Hamburg, dieser zweite fährt nach Kaltenkirchen. Der erste Zug fuhr in Richtung Hamburg, dieser zweite fährt nach Kaltenkirchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im Norden von Bönningstedt liegt dieser kleine Fuß- und Fahrradbahnübergang am Meisenweg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im Norden von Bönningstedt Jetzt beginnt wieder die Stoßzeit am Nachmittag. Die AKN fährt dann hier alle 10 Minuten – und oft mit Doppeltraktionen. Das Kürfen mit Doppeltkirchen Der nächste Bahnhof ist der nächste Bahnhof. Der Bahnübergang liegt nur knapp 300 Meter weiter südlich, an der Straße Ortfeld. Der Bahnhof ist der Bahnhof. Der Bahnhof ist der Bahnhof. Es wird langsam dunkel am Nachmittag des 11. November 2022. Wir sehen Züge etwas weiter südlich vom Lerchenweg aus. Die Bahnhof ist der Bahnhof. Der 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 Bahnhof ist der Bahnhof.